Nie wieder Kisten schleppen mit der coolen Lösung für die City-Logistik. Müheloses Be- und Entladen der Ware mit dem neuen Runner von Kießling. Die 30 cm niedrigere Ladehöhe macht dies möglich. Die Innenhöhe bleibt dabei gleich. Der Einstieg in den Kühlkoffer und das Entladen von hochgestapelten Euro-Kisten ist bequem möglich. Trotz der 30 cm niedrigeren Gesamthöhe ist das Ladevolumen gleich. Der Runner besticht durch sein frisches Design und seine guten Fahreigenschaften aufgrund des 30 cm niedrigeren Schwerpunkts. Unter 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht ist das Fahrzeug mit einem Pkw-Führerschein fahrbar und besonders für Fahrten in Innenstädten geeignet. Der Runner verfügt über eine ausziehbare Rampe unter den Hecktüren, die leicht herauszuziehen und aufzulegen ist. Dies geht schnell und einfach und auf die Anschaffung einer Ladebordwand kann verzichtet werden. Über die Rampe lassen sich Rollcontainer bis zu 200 kg mühelos entladen. Die Rampe lässt sich einfach unter dem Fahrzeug verstauen und der Runner ist schnell zum nächsten Kunden unterwegs. Auch Euro-Kisten auf der Sackkarre können über die Rampe be- und entladen werden. Und dies geht bei Bedarf auch über die Seitentüre. Durch die gut angeordneten Radkästen und das Easy-Load-System finden im Runner bis zu 210 E2-Kisten und bis zu 11 Rollcontainer Platz. Das Fahrzeug überzeugt durch eine 150 kg höhere Nutzlast und einen geringen Kraftstoffverbrauch. Angeboten in drei verschiedenen Größen sind die Kiesling Runner die neue und zukunftsträchtige Lösung für die City-Logistik.